Essen-Hauptbahnhof heute Morgen um kurz vor 11. Die Hälfte der Schalker Profis und Betreuer warten auf Gleis 1, um den ICE zum Frankfurter Flughafen zu nehmen. Von hier aus geht es in die Aspire-Zone in Katar. Die Wintervorbereitung kann beginnen. Ja, was muss passieren? Ich denke, wir müssen vor allen Dingen im taktischen Bereich arbeiten, wie der Trainer auch schon gesagt hat, dass wir fit sein werden zum Auftakt der Rückrunde. Das ist, glaube ich, ganz klar. Dafür fahren wir jetzt auch ins Trainingslager, um da die nötigen Grundlagen zu legen. Aber ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir dann gestärkt wieder in die Rückserie gehen können. Erstmals mit im Schalker Trainingslager sind die Nachwuchskräfte Kahn Ayhan, Max Meier und U23-Spieler Dennis Erdmann. Sie sollen über einen größeren Zeitraum Erfahrungen bei den Profis sammeln. Und wer, wenn nicht Julian Draxler, der in Belek vor zwei Jahren erstmals dabei war, weiß, was daraus werden kann. Ja, genau. Da wundert man sich schon, wie schnell es geht. Jetzt ist man plötzlich schon zwei Jahre dabei und die nächsten Jungen drängen halt nach. Und ja, ich freue mich für die Jungs und ich denke, sie werden auch ihre Sache hier gut machen, viel lernen können. Und vielleicht wird man ja sogar den einen oder anderen schon in der Rückrunde bei uns im Kader sehen. Und so geht es in Richtung Süden. Bei Temperaturen über 20 Grad und Sonnenschein erwarten Schalkes Profis dort sicher bessere Bedingungen als hier. Die Arbeit mit Trainer Jens Keller, der über München nach Katar fliegt, wird da wie ein Neuanfang. Ja, wir sind natürlich neugierig. Ich denke, der Trainer ist genauso neugierig, uns kennenzulernen, wie wir ihn kennenzulernen. Und ich denke, wir werden jetzt in der Zeit gut zusammenwachsen. Wir werden eine funktionierende Einheit bilden. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch in der Rückrunde die nicht so guten Spiele aus der Rückserie jetzt am Ende vergessen machen. Wir werden jetzt in der Rückrunde die Zeit gut machen.